Ach, ein letztes Mal hören wir das Knistern im Kühlschrank, wollte ich gerade sagen, im Kamin. Weimarer Galaxy in der Küchenwelt. Hallo Leute, willkommen zurück, wir sind bei Part 40. Und haben, ah, schön viel Komplett schon und jetzt geht's langsam wieder weiter. Äh, oh, Spielzeugschachtel? Oder Eisvulkan? Oder Feuereruption? Äh, wo geh ich hin? Ich glaube, eigentlich nächstes wäre Schlafzimmer, dann machen wir mal einfach so weiter. Gehen wir mal zum Eisvulkan. Ich hoffe, danach ist auch die nächste Mission vom Schlafzimmer fertig und dann machen wir richtig so nach und nach. Alle nochmal abgehen, die ganzen Welten. Voll abgehen in den Welten. Hey, hier ist auch so ein komisches Ding zum Fliegen. Geil, ich dachte, wir wären nur am Anfang da bei der Garage wieder so schön. Garage. So, okay. Oh, nioh, nioh, nioh. So, da. Okay, die war ja auch nicht so groß, ne? Äh, oh, vielleicht mit so einer großen Eisschlitterpartie oder sowas, die alle einsammeln. Ich lasse mich überraschen. Zu erinnern, Drone, Drone, Lila Komet. So, Lila Münzen in der Eisbergsteilwand, an der Eisbergsteilwand. Oh, also doch wieder, oh mein Gott, bis da hoch. Und da ist Captain Toad, der Lappen. Oh, weia. Okay. Oh, das kann auch wieder dauern, ey. Okay, wow. Und zack. Okay, aber ohne Zeit wieder. So, hier friert ein kleiner Toad. Was los? Ich habe im Wasser gesucht, aber es waren keine Lila Münzen zu finden. Schlotter, Schlotter. Okay, im Wasser muss ich also nicht. Hier war das wieso nicht tief, das Wasser, oder? Oh, das darf ich sowieso nicht hereinigen. Ich verletze mich ja nochmal bei dem Wasser hier. Ach, Toad. Toad, Toad, Toad. So, bringst du hier Münzen? Nee. Ach so. Eisblume. Wieder mal. So, zack. Schöne Schneewelt. So. Okay, ich hoffe, das geht aber diesmal schneller. Gibt es ja auch nicht so viele... Oh, yeah. So viele Dinger, äh, wo... Äh, wisst du schon. Wo man halt Abzweigungen oder sowas hat. Oh, was soll ich mit dem ganzen Geld? Ich brauche keine Leben. Di, 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 di. Okay, ich ziehe dich noch irgendwo hoch. Äh, oh, einfach runtergefallen. So. Ach so. Nein. Komm rauf. Okay, oh. Puh. So. Hier haben wir jetzt auch noch mehr. Münzen. Äh. Wuppi. Okay. Mal ganz viele. Ich weiß, unten darf ich das natürlich nicht vergessen. Ich muss auch nochmal nach unten. Oh Gott. Bleib oben. So. 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 Schön einsammeln. Yeah. Hopp. Zack. So. Da, da, da. Okay. Hier und hier. Nehmen wir alle mit. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Soll ich da irgendwie... Oh, ist der Bus, der Stern? Der ballert mich da runter. Will ich jetzt mal probieren. Na, komm schon. Nee, der ballert mich ja nach oben. Hoi. Genau. Das muss ich später hin. Nee. Oh. Nein. Oh. Huah. Huah. Okay. Gut. Eingesammelt. Und wir haben 40. Zack. So. Du-beau. 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 So ist hier auch noch alles. Gut. Glaube ich, kann ich jetzt wieder runter zu der Eisblume? Dass ich was sehen würde. Oh, ist auch noch was. Yeah. Du-de-de-de-de-de. Wartet mal. Ich will auch nochmal hier gucken gehen. Na, du-de-de-de. Da, du-de-de. Ja, genau. Hier, Mann. Hops. Und. Huah. Oh, mit Eisrutsche. Und einen großen Pilz. Ja. Nein. Fleisch. Genau. Rein ins Wasser, ey. So. Und. 50. So. Du-de-de. So. Okay. Ich glaube, dann können wir jetzt aber nach oben gehen. Dum 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 dum. Dru-dru-dru. Dru-dru. Dru-dru. Okay. Ganz schnell, Mann. Wir müssen schnell sein. Sonst ist alles vorbei. Alles. Aber auch alles. So, äh. Das haben wir gemacht. Ja. So nicht. Mann, ey. Das hält aber auch. Nur ein Furz lang, ey. Das ist gut. Du stehst da. Du bist so gut. Oh. Verkickt. Nochmal. Na. Oh, yeah. Du-du-du-du-di. So. Komm, Mario. Sei einfach froh. Du wusstest nicht, wo ich jetzt hin will. Der war ja so hinter dem Berg lang. Und führte ja eigentlich zu einem ganz anderen Stern, ne? Och, Mario. Mensch, du sollst deinen scheiß Würgelsprung machen. So. Und okay. Also, nee. Also, der sollte die ganze Zeit schon hier den hier machen, soll er machen. Aber der geht echt nicht auf so kurzer Strecke. Hui. Die sind auch Münzen. So, ich hoffe, ich habe das nicht verpasst. Aber ich glaube, ich kann dann auch mich umdrehen und so weiter. Und dann gehe ich einfach wieder zurück. Ich bin in der Flame. Äh. Klingt gerade gar nicht kaputt. Ha. Stump. Ha. Stump. Ha. Stump. Na. Okay. Nein! Wieso? Wo? W- Wo? Hä? Ich wollte mich gerade nicht. Ich bin einfach gerade... Ich habe mich umgedreht. Ich habe mir den Kulturstück einfach nach unten gedrückt. Äh. Macht ganz komischer so einen extra Move. Oh. Mann, ey. Die ganze Zeit war die Steuerung so weit in Ordnung. Ja. Hab ich gesehen von diesen komischen Kameratwist-Dingern, dass die ganze Steuerung sich umstellt. Wie schon so oft erwähnt. Aber Mann, ey. Immer in so einer blöden Situation. Also nichts gegen die 100 Münzen-Mission hier an sich. Das ist einfach jetzt echt bloß ein Fail von der Programmierung hier. Weil wie... Okay, was... Ja siehst du, er dreht sich doch auch sofort um. Hm. Warum hat er gerade so gewünschen Bogen gemacht? Ist voll runtergefallen. Oh, ist er runtergerutscht oder wie? Oder was? Ach Gott, Leute. Das wird dann wohl nichts mit dem Soll von wegen... So, und so vier Sterne pro Part. Na gut, was soll's. Kann man nichts machen. So. So, dann gehe ich vielleicht doch mal einfach... Go. Hier ist ja auch noch so viel. Hier ist auch wieder eine Eisblume drin. Weiß man sicher, wann ich wieder zurück kann. Das ist das Problem. Yeah, yeah. Dü, 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 wow, wow. Die Mucke ist cool. Er kann nicht springen oder was? Er kann nicht so einen Wirbel... Also noch an Höhe gewinnen, wenn er Eis ist. Ist das zu schwer oder wie? Oh mein Gott. Wow. Du sollst doch gar nicht driften. Was machst du denn? Du Kummelscher-Penner. Oh yeah. Die Steuerung ist gegen dich. So. Dü, 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 dü. So, dann hole ich mir einfach noch... Das hier auch nochmal. So. Ja. So, okay. Ähm, 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 ähm. Ach Leute, es tut mir ja leid. Trap. Trap. Dü, 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 huu. Jups. Okay. Dü, 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 lo, ey. Zack. Ne, ist denn eine Münze? So, okay. Nein. Äh. Ach. Mann, ey. So. Das ist auch immer ganz komisch, springt manchmal. Hä? Hä? Mann, ich... Ähm, 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 ähm. Hm. Der springt manchmal, Leute. Ich kann das gar nicht beschreiben. Oh, vor allem diese Rückwärtssalto hier. Der springt da manchmal einfach nach vorne. So ein Trap. Na. Okay. Ach, hier komm ich schrittweise weiter. Aber ganz kleine Schritte. In großen Schritten ist was anderes. So, soll ich jetzt hier lang erstmal oder nicht? Oder erstmal den normalen Weg da weitergehen? Okay. Schade, dass er nicht Doppelwandsprung kann. Kann er das nicht irgendwie? So. Ey, geil. Oh, das kann doch klappen. Wartet mal. Äh. Ach. Okay, mit ein bisschen Skill könnte es klappen. Äh. Oder man schluckt einfach. Spring mal. Also springen. Spring. Oh Gott. Jetzt können wir doch nicht einfach. Hm. So, Bike ist schon da hinten. Äh. Diese Rutschpartie? Nee. Noch nicht. Du, 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 du. Ansonsten, wie geht's euch so? Wow. Was macht ihr so? Zockt ihr auch hier? Coole, komische Spiele. So, alle eingesammelt. Mein Gott, dein Leben. Jetzt habe ich bei einer nie wieder vergessen. Die hier oben an. So. Okay. Und jetzt da lang. Komm her. Komm her. Yeah. So. Ich verstehe das einfach nicht, ey. Der springt manchmal echt, wie er will. Und als Eisformation eben gerade habe ich aber doch noch an Höhe gewonnen. Bei so einem Wirbel. Aber manchmal nicht. Das ist fies. Was? Hat er das wieder vergessen, ja. Ach, Gottchen, ey. Oh, erst mal strecken. So. Und gleich nochmal. Okay. So. Hupsala. Hupsala. Na. So. Und ich will da nicht hoch. Ich gehe erstmal den normalen Weg. Ich weiß nur, dass der ja eigentlich zu einem Stern führt. Der andere Weg da. Und ich weiß nicht, wie weit das wichtig sein könnte. So. Ding. Gehe ich erstmal da hoch. Da fühlt's ja, da wurde ja... Denn der Weg war ja dann zu einem Boss und so. Ding. Vielleicht ist da dann halt einfach nichts mehr. Und ich muss dann sowieso nochmal runter. kurz umdrehen. Oh, yeah. Du, du, ba, 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 du. Yeah. Na, toll. Ganz toll. Ganz große Klasse. Komm her. Okay. Ich wollte gerade den Weitsprung machen. Hat er auch nicht gemacht. Verdrehen schon wieder alle, oder was? Leute, ich red mich gerade voll auf, ey. Es hätte überhaupt nicht sein müssen, dass ich mit diesem Scheiß, da runtergeflogen bin. Ach. Komm schon. So. Jetzt machen wir den Weitsprung. So, okay. Und jetzt ein Frozen. Und so. Okay. Sind wir erstmal hier. Und hier sieht es wirklich nicht nach so viel aus, was man hier holen könnte. Ich gehe hier durch eigentlich. Ja. Zwei Münzen. Und schütteln. Yeah. Hier haben wir noch. Denn ist hier echt gar nichts mehr. Nicht mehr so viel. Oh. Und nochmal. Eis werden. Dum 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 dum. Tschin, 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 tschin. Okay. Hier die letzten Münzen. Dann müssen wir wieder runter. Äh. Ist das irgendwie eine schicke Abkürzung oder sowas? Nee. Was hast du? Typi? Ein Eisberg. Ach, wie schön. Oh, guck mal. Voll so ein Totenkopf hier. Ah, nee. Sieht bloß so aus. So. Ah, nicht die Kamera wieder so blöd drehen. Wenn ich das gar nicht will. Und spring aus dem Wasser raus, Mario. Spring raus. So. Also. Warte mal. Wo komme ich denn jetzt? Ich würde mich ja gerne umgucken. Wo ich hier einfach runter kann. Geht aber nicht. So geht's. Wo komme ich hier einfach runter? Oder bin ich denn tot? Das sieht aus wie eine riesen Rutsche. Da komme ich mir schon lang. Hopp. Ja. Aber warum ist die Kamera denn so? Ach, okay. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Ja. Mario freut sich schon. Oh yeah. Noch 25 Münzen. Die müssen alle da oben sein. Ich hoffe, es ist ungemein. So. So. Da warten die denn, glaube ich. So soll man das eigentlich machen, glaube ich. Es hätte zum ersten Mal geklappt. Oh mein Gott. Oder oben waren noch Münzen. Da waren gerade noch Münzen. Verdammt. Die ich übersehen habe. Okay. Dann muss ich das nochmal machen nachher. Irgendwie komme ich bestimmt so wieder runter. So. So. Höpp. Alles klar. Komm schon. Nein. Oh. Mensch. Mensch ist Kinder. Ach ja. Hier war der Quatsch. Mist. Mist. Wuppi. So. Die Kamera kann man nicht drehen. Ich würde mich ja umgucken da hinten. Oder noch was war. Für den Fall. Dass da überhaupt was war. Bestimmt. Na klar. So. Und burn. Und zerburn. Und let's go. Wait. Okay. Da da. Okay. Das war's schon wieder. Mit der voller Energy. Und. Zack. So. Hier kommen so viele Steine mehr rausgerollt. So. Ach. So. Okay. Na. Mario bleibt dort in einer Richtung. So. Okay. Oh. Okay. Da 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 da. Leben will ich nicht. Ich will nur noch die letzten 20 Münzen finden. So. Nicht hier irgendwo, dass ich das jetzt schon mal sehen könnte. Oh Gott. Ich will die ganze Zeit nur sowas machen, ja. So eine Kehrtwänden, Jumps und das klappt irgendwie nicht. So. Okay. Da habe ich jetzt welche verpasst. Wartet mal. Ähm. Da unten irgendwo war noch welche auf so einer Klippe. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich mir die holen soll. Wo war denn das jetzt? Da. Ich habe da noch welche gesehen. Noch welche rotieren. Hm. Hm. Na, okay. Ich glaube runter kommen sie alle. Runter ist immer noch einfacher. Und deswegen gehen wir erstmal nach oben. Hm. Natürlich das ist ein Umkehrschluss, weil der Stern da bestimmt erscheinen wird, dass ich nochmal runterrennen muss. Dass ich nochmal hochrennen muss, meine ich. Aber. Naja. So. So. Hoppe. Hoppe. Okay. Immer höher. Oh Gott, wie knapp, ey. Oh Gott. Oh meine Güte. So. Okay, das ist ja auch nett. Hoppe. Oh. Okay. So. Oh, ich habe ganz schön viele vergessen. So. Typi, bitte kann ich wieder runter? Auf dem Gipfel. Traumhaft. Ah, Mario. Von hier aus kommst du mithilfe des Hechtsprungsweiter. Ja, wo soll ich denn hin? Oh. Oh mein Gott, da unten. Ich soll einen Hechtsprung machen? Der ist doch viel zu weit, oder nicht? Ja. Wow, wow, wow. Boah. Krass. Ha. Okay. Dann bin ich tatsächlich wieder hier unten. Oh. Ach, hier sind ja auch noch Münzen. Oh, wie fies. Äh. Zack. Zack. Voll verpasst. So, ab und vor verpasst. Da oben ist noch eine. Ach. Mensch. King. Das ist aber echt eine. Halb. Was ich da mache. Eine Selbstmordmission hier. Nicht. Hä? Ach, noch vier Münzen, ey. Die müssen ich doch finden. So, okay. Dann noch so mit dem Hechtsprung weiter, voll übel. Äh, guck doch mal nicht um, Mario. So, wie kommt denn da hin? Ach so. Einfach nur. Ach, da ist auch noch. Ach nee, das ist ein supergeraden Sternteil. Ein lilanes Sternteil. Bin ich verarscht? Na, Mensch, Mario. Komm rauf da. Nicht nach vorne, nach hinten sollst du springen. Was? Was machst du denn? Er prallt ja immer von der Wand ab, oder was? So. Gucken. Ach, richtig gucken kann er ja auch nicht. Ich muss mich immer mit umdrehen. So, da um. Da sind noch welche drauf. Okay, da ist ja auch kein Problem. Da komme ich blöd schnell wieder hin. Ey, jetzt haben wir echt einen Stern hier in einer Mission. Das hat die ganze Zeit gedauert. Das tut mir leid. Aber nein. Ich bin doch auch nur ein Zocker. Ein richtiger Zocker, der das hier erstmal checken muss. Hier noch irgendwas versteckt. Irgendwas versteckt. So. Ja. Die letzten drei. Ah, ist das schön. Gut. Klingt doch super. Und wir haben echt den ganzen Vater viel gebraucht. Ja, ja. Wow. Boah. Ah, naja. Immerhin. Yes. Schleif halten. Oh mein Gott, wenn ich froh bin. Ah, so viel sind es ja nicht mehr. Also. Das ist ja eines kein Problem. Das geht noch klar. Zack. 113. Galaxie komplett. So Leute, darf ich mal sagen. Ja, da wäre echt ein Part. Ich speicher. Zack. So, guck mir die Karte an. Obwohl, ich werde jetzt die Aufnahmesession ja wieder beenden. Oh, jetzt könnte ich hier wieder alles. Oh, die Sandinsel. Oh nee. Oh, jetzt könnte ich hier gerade alles so schön beenden. Aber es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, noch genau sieben Dinger. Und, naja. Ich beende die Aufnahmesession. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Ich hoffe, der Meteor ist ja noch da. Wenn nicht, dann nehmen wir einfach irgendeinen anderen. Irgendwann ist er ja wieder da. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuschauen. Tschüss, Mann.